hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play tft liga flächen dieses mal sind wir auf dem test server und wir versuchen mal das entschuldigung das neue renkt system aus was wollen wir was war gut und wirst du viel verdammt hat er bekommen dann holen wir niederliegen im early genau wir sind auf dem test server wegen und wirst es findet hatte wird mir hat ihn jetzt bekommen der hat doch der genau wirst er ist soweit ich weiß ein pirat und was noch keine ahnung ok kann ich das wieder weg machen naja ok das ist auch neu alles klar wir haben keine items bekommen das ist natürlich sehr unlucky was ist das jetzt neues ok das ist ja wenn es ok dass das wird jetzt auch neu angezeichnet angezeigt was auch sehr schön ist gut wir spielen renkt und ich will mal schauen also maxim zum beispiel hat gesagt dass ab platz vier gibt es dann punkte und natürlich je nachdem wie hoch man steigen gibt es mehr oder weniger punkte ist ja klar aber das ist dann ja das ist ein bisschen das stört ein bisschen ehrlich gesagt ich meine man man sieht es ja an den ok damit steht aber jetzt hat ok 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 das sind neue ich glaube das bedeutet dass der save ein item job was sehr sehr gut ist die drei das war natürlich cool wenn der wirklich ein item safe job ist natürlich super genau das zeigt jetzt an der welchen der welchen der match gedealt hat das ist natürlich auch super da kann man das ein bisschen noch eine träne das ist schon mal cool dass der save ein item job ist sehr gut hier haben wir noch ich weiß noch nicht also pirat auf jeden fall ich weiß noch nicht auf was wir jetzt genau gehen das weiß ich noch nicht der hat silencer der hat silencer der hat silencer der hat silencer der hat brawler ist das glaube ich zusammen und genau brawler und haben wir natürlich keine chance weil er hat schon level zwei jahre nicht das war klar wieso war ich jetzt da unten wir holen uns die sind da und Ja, das ist... Okay, Pirat, ja. Wir wollen ja versuchen, Twisted Fate zu bekommen. Weil ich den auch vorstellen will. Hä? Wieso machst du das? Wo bin ich jetzt? Da bin ich. Nee. Da bin ich. Hä, wieso macht der das? Komisch. Ja, wahrscheinlich ist ja einfach nur Back. Den werden wir auch nicht... Ah, okay, er macht... Er macht Karten, okay. Den werde ich auch nicht besiegen, weil... Genau, er hat Level 2. Das ist natürlich... Er hat... Er hat hier schlechter getroffen als ich. Also, zwei Tränen sind ziemlich gut. Was ist denn da los? Also, die haben keinen Bock mehr. Okay. Ah, Sorcerer. Ah, okay. Sorcerer und Pirat. Okay, also wir haben schon drei Piraten. Genau. Dann werden wir mal auf Piraten gehen. Jetzt haben wir halt kein Tank mehr. Aber ich glaube, das kann man schon machen. Okay, er ist ja jetzt auf Nobel. Ja, war ja klar, dass er den nimmt. Aber wir sind gerade sowieso auf nur in Losing Streep. Streep. Deswegen... Nein, Entschuldigung. Deswegen ist das auch gar nicht so schlimm. Der ist schon auf 5 hoch. Ah, 4 Gold. Super. Das ist gut. Äh... Okay. Er ist Pirat und Sorcerer. Ist gar nicht so schlecht. Und jetzt... Was ist denn hier los? Hä? Nein! Oh, echt jetzt? Ja, geil. Ich bin da, aber ich... Ich kann nicht... Was ist denn los? Ich gehe jetzt einfach mal random in die Mitte. Keine Ahnung, was ich jetzt gepickt habe. Okay, das ist jetzt ultra dämlich. Ähm... Ah, das ist ultra dämlich. Was habe ich jetzt bekommen? Den da. Ja, scheiße. Ja, das ist doch jetzt nicht gut. Ja, klar. Ähm... Ja, jetzt kann ich wiederum switchen. Das ist doch doof. Ich lasse es mal, weil hier ist... Ich hole mir die. Komm, echt jetzt. Wir sind hier. Nee. Hier sind wir. Okay, das muss ich noch herausfinden, was ein Schmarrn das gerade ist. Ja. Gut, läuft gerade gar nicht. Aber das ist in Ordnung. Also noch bekommen wir ja nicht viel Damage. Aber wir ziehen halt auch nichts, ne? Das ist ein bisschen dämlich. Gerade läuft hier gar nicht. Also gerade sind hier sehr viele Bugs. Bisschen, bisschen, bisschen ärgerlich. Ach, jetzt. Sehr, sehr seltsam, was hier gerade vor sich geht. Der Sorcerer ist hier auch nochmal. Ich tue mal Kha'Zix weg. Soll ich jetzt schon hochgehen? Wir haben halt keinen Frontliner. Da ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Warwick. Wir haben halt immer noch nur ein Level 2. Okay, bei ihm sieht es auch nicht gut aus. Aber trotzdem gewinnt er. Wobei, nee. Nidalee. Nidalee Power. Oder auch nicht. Ich hätte noch einmal stunnen müssen und dann ist es gut gewesen. Oh, aber ich bekomme vier, das ist sehr gut. Uh, sexy. Den lassen wir hier. Aus Gründen der Wallachump. Ähm, hier ist wirklich nicht sehr viel Interessantes für mich leider. Hier war ich. Jetzt hat es. Jezeit geht's. Gut. Ich weiß noch nicht, auf was wir uns fokussieren wollen. Also Sorcerer klingt sehr schön. Ähm. Ja, Sorcerer mit, ähm, Piraten. Uh. Ja. Das macht's genau. Und die beiden zusammen, äh, schau ich dann gleich. Was das zusammen gibt. Hm. Wir haben immer noch die Möglichkeit, auf Shapshifter zu gehen. Ähm. Ähm. Jodeln. Und. Ah, genau, genau, genau. Den mach ich mal. Der gefällt mir. Ich stell mich mal jetzt hier auf. Äh, rollen noch mal. Hier Alessandra und White. Gut, also hier sind die drei Piraten. Hier ist, äh, dreimal White King. Weh, du holst den da. Gut, holst du nicht. Ich wüsste das Väter da noch, äh, kein Bild sogar. Und das könnten wir gewinnen. Ja, ne, können wir nicht, weil der Drive. Drive. Konstantin Stan. Ah, ja. Aber es hat nicht wehgetan. Also kaum. Okay, also der Twisted Fate hat am meisten Damage. Natürlich, er hat ein Item. Das darf man nicht vergessen. Aber Twisted Fate, äh, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, weil er es dann kann. Er kann sich Mana machen. Also er hat, äh, sehr gutes Potenzial. Ich geb ihn ja nochmal. Ich versuch mal den zum Carry zu machen. So, 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 haben wir ja erst einen. Das heißt, genau, das ist kein Susserar. Die beiden sind Susserars. Shapeshifter habe ich jetzt auch eine Level 2er. Ach, komm. Warte, nee. Ja. Ja, das, das werde ich höchstwahrscheinlich auch verlieren, weil er bessere Buffs hat. Und er hat schon, äh, Shapeshifter. Hm. Damit wir ja den 3er-Buff bekommen. Oh, komm mal an. Den hätten wir sowieso eh bekommen, weil wir auf, ähm, auf Sorcerer gehen. Ah, Wild und Sorcerer. Und Shapeshifter auch noch. Ähm, bitte, 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 bäh. Dann tun wir denen mal eins vor und tun sie rein. Dann haben wir 3 Wild. Ähm. Okay, nächste Runde werden wir mal sehen, ob, äh, ob wir schon wieder... Okay, er hat schon Level 2, okay, der will jetzt nicht angreifen. Oh, Gott, okay. Also, äh, ja, dieses Spiel ist sehr verpackt. Das ist echt krass. Okay, ich muss ja erst, äh, entlang des Dingses gehen und erst dann quasi hier rein. Was wollen wir? Oh, äh, wir sind schon da. Wir wollen den da. Ja, also wir wollen einen Recurve-Bogen, damit wir schneller angreifen. Die Träne ist, äh, ja, brauchen wir nicht. Die haben wir schon genug. Spatula ist, äh, auch natürlich immer wichtig, aber wird weniger genommen, hat so den Eindruck. Ah, wir haben noch eine Ari bekommen. Das ist super. Hat er den verkaufen hier? Ari und Pike. Dann, ich glaube, Shapeshifter gehen wir nicht mehr, weil das, äh, weil das wird schon genommen. Wir versuchen jetzt, äh, genau noch eine Wilde zu bekommen und dann, äh, das, äh, das, äh, das, äh, das. So. und dann geht man das funktioniert auch nicht immer der hat schon teil jetzt kommt dann wird es langsam sehr wie wir ziehen auch keine keine krassen okay wir haben schon plus drei weil wir immer verlieren wir bekommen heute auch keine combo also die einzige combo die wir haben ist pirat und das ist auch nicht so so super okay zweimal ash wir tun die mal weg wenn wir jetzt die reintun dann haben wir es aus ich versuche mal das vielleicht ist es besser dann haben wir drei so was es gibt 35 prozent ist ein paar und das können wir jetzt gewinnen das werden wir gegen den haben wir letztes Mal verloren Prozent den Twister fällt müssen wir auf jeden Fall Attack Speed geben m aber ich weiß nicht ob er also mein Team gefällt mir gerade noch noch nicht schon wieder mit die greifen nicht an ok level 2 das ist schon mal gut nahe ist gut ähm Shape Shifter und Wild Wild haben wir ich level mal ab dann haben wir vier Wilds und es gibt dann eben Attack Speed für alle das ist auch immer 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 super gut den Ton tun wir ein bisschen hinten weil da kann er schön angreifen und wird nicht gleich getötet Leider 1 ist halt nie wirklich super wieso hat er nur er jetzt oh komm echt das war jetzt sowas von ähm äh unbrauchbar ehrlich gesagt was gibt das ja ne das ist auch kacke das ist auch kacke ich könnte Prozent 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 der Brunner gerade auch nicht ich könnte Prozent den Wohrweg Prozent Dornpanzer geben und er hat damit deren und nein ich wollte nein oh Gott ich wollte den nicht den Bogen sondern um die Klopfen na aber egal jetzt auch noch mal gern okay jetzt ja er funktioniert die Leertaste auch wieder okay er hat Prozent Ultra Carrier als Wüste fällt treffern treffern come on jump verwandel dich wieso verfallen oh Gott er hatte volles HP äh volle Mana und hat sich nicht verwandelt super ah das hat er uns noch also er hätte uns nicht gerettet aber die beiden hätten wir dadurch bekommen und gegen ihn wären wir dann gestorben aber das wäre ja auch nicht schlimm gewesen aber aber wir hatten halt kein der Mensch bekommen oder kaum ja gut ähm den tun wir auf jeden Fall rein aber ich weiß nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht äh äh den tun wir raus den tun wir rein ok Level 2 Pike ist auch unglaublich stark so wir haben wir jetzt auch Level 2 das ist gut ok verwandelt er sich jetzt da können wir wegschmeißen weil der hat ein Bug leider verwandelt sich nicht aber warte mal bei dem anderen hat er sich doch verwandelt das ist ein bisschen bisschen ärgerlich ok jetzt habe er genau jetzt haben wir Ari Nummer 2 ok wir tauschen mal den nahe aus Wir können auch Dragon gehen, die sind dann immun gegen gegen Magie Der geht Demon und das verlieren wir auch kann noch einmal und die Schaden Armand wir haben wir von den Kalle extrem Nini Nini des Klinik was brauchen wir hiervon ich nehme kathos welche ich versuche jetzt auf um mehr als auch so rein zu hauen damit sich als Prozent den vollen Baffel kommen hundert Prozent Spell Paul sei schon stark aber das Problem ist wir haben keine Frontline ein Warwick und Niederli ist halt nicht genug so hier müssen wir jetzt wir tun mal die lulu weg aber genau hier das ist Elemente ok jetzt haben wir fünf sorcerers wir müssen ja dann noch mal level aufgehen und dann ja okay er hat dann level 2 der kann halt von Schatz machen aber er macht zum Glück den Fall gut wir sind jetzt nicht mehr als der Platz das ist schon gut wir waren rausgekickt aber wir haben auch extrem er hat Pech mit unseren mit uns um Altenz aber das passiert okay jetzt noch ein Sorcerer das so ja weger halt aber Weger ist so so schwach also level 1 wäger ist wirklich nicht empfehlenswert ich will noch ein ich will noch einen wald rein tun jeder hat carrie lulu und der zwei level 3 hat das verliert ja schon mal gut halt denke ich ja jetzt auch aus julien comeback okay ich brauche jetzt noch einen nahe und näher ein weiger oder zwei nachts wir kennen es auch nicht schlecht aber das brauchen wir gerade nicht so ja er ist auch super vor allem dann würden wir die man bekommen aber ja wir haben zu wenig einheiten gehen wir gehen hier genau wir gehen jetzt mal erholen würde ich sagen die schmeißen wir raus okay das ist wichtig wenn du bekommst das okay das ist natürlich auch extrem schön um genau es war ein paar was er sich nicht mehr hat es ist es ist sie würde fast Prozent fast keinen Sinn machen um da kommt dann werden dann wird er und dann bekommt er schneller mann an das ist auch nicht verkehrt an es wird feld normal ja level 3 tristet wenn wir nicht bekommen arin noch mal aber das ist uninteressant aber vielleicht werden wir die runde sterben das ist der hyper carry typ an ich habe den besiegt obwohl ich 4 auf kalle oder hatte oder 3 das war wirklich an der klinik aber ich habe überlegt das ist die Hauptsache ja hier ist hier ist ja Den werde ich nicht mehr reintun Ah, der ist auch super Der ist auch super Ah, der ist schon wieder Der 3 Level 3er Hoffentlich werden die jetzt besser angreifen Das ultimo war solide Nein Der ultimo war verpackt Ja, super Gut, ich bin gestorben, ein scheiß Back Aber wenigstens haben wir einen Platz bekommen Oh man, das ist ja Richtig Also, ja, ich werde noch, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein Spiel auf PBE mache, weil so viele Bugs hatte ich noch nie hier Ah, naja Gut, auf jeden Fall, wir haben nichts gezogen, wir haben scheiß Items bekommen, aber Bis zum vierten haben wir es durchgezogen Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Bye 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 Bye